Seit dem letzten Samstag sind in unserer Region Ferien. Da seitdem starker Reiseverkehr herrscht, bitten wir unsere Hörer bei ihrer Planung ein paar Punkte zu berücksichtigen. Wenn es Ihnen möglich ist, fahren Sie nicht mit dem Auto, sondern nehmen Sie lieber die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn Sie in Richtung Westen aus der Stadt herausfahren, fahren Sie bitte zuerst auf der Bundesstraße. Erst ab der Auffahrt Pressbaum benutzen Sie bitte die Autobahn. Auch wenn Sie von der Innenstadt nach Norden fahren, nehmen Sie besser zuerst die Außenring-Schnellstraße. Nach dem Ort Kornneuburg können Sie dann besser auf die A22 auffahren. Wenn Sie in die Innenstadt hineinfahren, benutzen Sie bitte die Park-and-Ride-Anlagen. Wenn Sie von Westen kommen, finden Sie in der Hadiggasse gegenüber dem St. Josef Krankenhaus einen Parkplatz. Von dem Parkplatz aus bringt CDU 4 bequem zu den wichtigsten Punkten der Innenstadt. Wir danken unseren Hörern für Ihr Verständnis.